Hallo Leute, herzlich willkommen auf Singer Stardogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Descenders. Und ja, ich würde auch sagen, wir gehen einfach direkt los. Fragt mich bitte nicht, warum ich noch eine Xbox One Kleidung habe. Ich habe ja mittlerweile die Xbox Series X, also die neueste. Ich würde aber einfach mal sagen, wir sterben da mal ein bisschen. Ne, ich würde einfach mal sagen, wir starten hier mit dieser Route. Ey. Oh yeah. So, jetzt aber. Also hier sind irgendwie noch zwei andere Menschen drin. Okay, jetzt kommen hier immer mehr rein. Ich bin einfach zu langsam, um hier das zu machen. So. Boah. Hat nicht gezählt als saubere Landung? Ja gut, weil ich so komisch gelandet bin, ne? Das war, das war doch eine saubere Landung jetzt. Ich schaffe eine saubere Landung. Egal, ich habe es nicht geschafft. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Am Ende. Aber ich habe es geschafft. Bamm. Da habe ich wieder drei Leben. Geil. Äh, gerade. Lache Tweaks. Also ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie ist ja alles wieder weg, was ich geschafft habe. Keine Ahnung, fragt mir nicht, warum. Seit vier Sekunden in der Luft. Ja, das sollte ich schaffen bei diesem Dingens hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt Game-Sound hört. Perfekt. Wow. Erfolg freigeschaltet. Okay, irgend so einen Erfolg habe ich gekriegt. Weg. Den seht ihr sogar. Also ich bin hier viel zu langsam. Ey. Ich fahre jetzt einfach an denen vorbei. So. Ne, ich habe keinen Bock auf euch hier. die Felsen. So. Viermal muss ich das machen? Ja, schaue ich eh nicht. Egal. Boah. Ne, hier mache ich das nicht. Ich schaffe das ja gar nicht. Was ist denn das? Da ist ja schon das Ziel. Ja gut. Egal. 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 Ne, also ganz ehrlich. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja, ne, also ich glaube, ich hab's verkackt, tatsächlich. Zerstört. Überspringen auch. Kann ich jetzt nochmal neu machen? Das sehen wir jetzt. Weiß es nämlich nicht. B zurück. Bahn. Garage. Was gibt's hier denn so? Ich mach jetzt hier mal alles weg, weil ich hab keinen Bock mehr. Auf. So, ne. Mach das weg. So. Okay. Fahren. Du hast die tägliche Herausforderung beendet. Ah, ich kann jetzt nicht mehr fahren, oder was? Gut, dann machen wir halt einfach irgendwie... Lass mal hier so so ein Map ausprobieren. Machen wir einfach mal hier so Kameria oder was auch immer. Egal, wir schaffen das schon. Meine Güte, ey. Autsch. Ich glaub, das schaff ich nicht. Ja, so, so funktioniert es. Ey. Was macht man denn nochmal hier? Ich weiß grad gar nicht, wie man hier nochmal so ein... Dings macht. Boah, das ist ja schon geil, so zu fahren einfach. Ich fahr jetzt einfach so. Lalalalalalalalalala. Ernsthaft jetzt. Ah, ne. Jetzt hab ich die Pfanne ja doch hier dran. Egal. Mann. Meine Güte. Der eine ist ja einfach die ganze Zeit tot, okay. So, dann mach ich das jetzt einfach so. Zack. Ja, da komm ich definitiv nicht hoch. Das ist ja voll kacke hier. Aua. Okay, 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 okay. Nochmal. Äh, Strecke beenden, ja. Nee. Machen sie los jetzt hier. Okay, was gibt's denn noch? So eine komische Lein. Ist das nicht die, die ich auch schon mal ausprobiert hab? Ich weiß es nicht. Doch, das ist die. Ich hab's geschafft. Fragt mich aber bitte nicht wie. Boah, man weiß ja jetzt hier schon nicht, wo man hin muss, ey. So. Das war ein Baum. Mann. Okay. Okay. Naja, das war nix. So, jetzt. Ja, jetzt hab ich's geschafft. Baum. Okay, 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 okay. Ja, geschafft. Ich fahr hier einfach dran vorbei. Ich bin der King und da ist ein Baum. Mann, ey. Jetzt mach doch. Baum. Baum, Baum, Stamm. Boah. Übung macht ja den Meister, deswegen kann ich das jetzt. Ich fahr hier einfach runter. Was wollt ihr? So. Autsch. Ja, so und so. Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Ich bin auch ganz gut gefahren. Ja, gut, jetzt weiß ich, warum. Zu weit? Egal. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja. Okay, okay, okay. Ich hab's gleich. Ich hab's geschafft. Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Egal, ich fahr einfach hier runter. So. Wo muss ich jetzt hin? Hier links, okay. Boah. Okay, jetzt muss ich hier wieder hochfahren, irgendwie. Ach so, hier bin ich. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Wo muss ich denn hier hin? Ah, ich muss hier hoch, okay. Bitte langsam, bitte langsam. Ganz sachte. Ja, ich hab's auf jeden Fall geschafft, so. Wo geht's denn hier hin überhaupt? Ernsthaft? Nee, ich mach das jetzt nicht nochmal. Vergessen können die das. Nein. Ich hab's jetzt schon gemacht. Warum gibt's denn hier kein Speicher-Dings? Normalerweise gibt's doch hier irgendwo einen Speicher. Hm, anscheinend gibt's den hier nicht. Boah, wie soll man denn hier so langsam fahren, ey? Man schallert ja hier voll um die Kurve. Mann, wo soll ich denn hier hin? Ich fahr jetzt die ganze Zeit einfach ohne Dings zu machen. Perfekt. Okay, so jetzt aber. Boah, ist der Baumstamm nah gewesen, ey. Also in der First-Person-Dingens kriegst du das auf jeden Fall hin. Ähm, naja, nicht unbedingt ganz so gut, aber du kriegst es hin. So. Boah, ich hab eine 360-Grad-Drehung fast gemacht. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord selber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hab'n Trauma auf dem Tag. Hausanhalter, euer Sando. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ame.